Bisher, das Lustige ist, ich habe einige TikTok-Shows hochgeladen, Digger, und eins davon ging übelst viral. Und ich sag's euch, es ist, das fing gestern an, und heute dauert es noch ein wenig an, ja? Mittlerweile besitzt es 121.000 Views, und das ist nicht so viel, denn auf TikTok können TikToks mehr als eine Million Views haben. Allerdings, wer bin ich? Versteht ihr das? Also 121.000 Views, und Bruder, wenn es irgendein lustiges TikTok wäre, keine Ahnung. Aber es ist meine Reactions auf die, glaube ich, dritte Folge von Nie Automata, bei der die Animator Spaß hatten. Wenn ich sage, die Animator Spaß hatten, dann meine ich damit immer edgy Szenen. If you feel what I'm saying. Und die Kommentare sind sehr, sehr komisch unter diesem Video, ja? Und die Zuschauerschaft, die dieses Video, na, dieses Video, dieses TikTok erreicht hatte, sind keine Leute, die Deutsch sprechen, einige. Aber die meisten, weiß nicht mal, was ich da kurz sage, weil ich ja da ursprünglich Deutsch rede. Nein, nein, nein. Die meisten, die hier drauf reagiert haben, sind entweder aus Russland, Englisch sprechend, oder Spaghetti redend, schreibend. Wenn ihr wisst ihr, was ich meine. Ne? Die klassische Spaghetti-Sprache. Taste. Fucking. Text. Wie ihr sehen könnt, es sind ja einige Videos, ja? Die haben durchschnittlich zwischen, sagen wir 200 Views, durchschnittlich, kann man schon sagen. 200 Views im Durchschnitt, wenn ich mir das so anschaue, vom Auge her. Und da kommt das. Ja? Da kommt das hier. 121.000. Wichtig, ich hatte vorher 30 Follower, glaube ich. Jetzt sind es 160. Es ist immer, wie bereits gesagt, das ist nichts. Aber Bruder, nur wegen dem. Team, jetzt bevor wir zu den Kommentaren kommen, schau, schau, ich spiel, ne? Viel Spaß in dem Clip. Ja, okay, Digga. Danke an die Animeter. Ja, okay. Ganz verstanden. Ja, ich dachte mir, hey, das könnte vielleicht auf TikTok aufblauen, weil es ja wirklich Edge ist, ne? Und solche Konten, Digga, ist auf TikTok, der ist schon etwas höher gesetzt, ne? Prioritized. Und das TikTok ist schon länger, länger abgelautet, das ist schon. Das TikTok wurde schon am 30. Januar hochgeladen. Jetzt ist April, Digga. Versteht ihr das? Es ist fast April. Also, es blowt jetzt ab. TikTok ist komisch, das finden wir alle. Vor allem als kleiner Creator, wie ich jetzt. Aber Bruder, das ist interessant. Und nun kommen wir zu den Kommentaren. Also, die meisten Sachen werden übersetzt. Wir schauen uns jetzt alle Kommentare an. Und dann werdet ihr vielleicht merken, dass da eine Betonung von Farben scheinbar seinen Weg in diese Kommentare gewundert. Um genau zu sein, eine Farbe. Aber hey. Erstmal natürlich kommt mein Komment-Ganzes-Video-Auf-YouTube. DDKLP. Weil man muss wissen, wie man Werbung macht. Und dann fängt der Spaß an. Dachte Jana. Deutsch. Wo kann man das gucken? Grungel. Immer wenn meine Mutter in mein Zimmer kommt. Classic. Wie heißt der Anime? Nie Automata. Dann wird schon anderssprachig. I saw Spawn Points. Skull, Skull, Skull. Nudelsprache. White. Und dann das Emoji. I got flashed. Multiple times. Kann überhaupt nicht blinzeln. It takes me six attempts to get with a good shot. I can't count anymore. It has three more shots after that first one. Pause at the right time. GG. It's white. What the fuck? Das beste Spiel, das ich alles probiert habe. Anime. Nie Automata. Und dann kommt so eine Sprache. Ich verstehe die nicht. Da ist ein kleiner Flop. Okay. That's how battle with Scourge should be. Exactly. Meine Kommentare bitte ignorieren. Sonst kommt hier Chinesisch oder Japanisch. Ich weiß es nicht. Gemeinsam mit der Welt. Was auch immer das bedeuten soll. 0,5 Playback Speed. Also Bruder, der kennt die Tricks. Spielen sie das Spiel. Eine Weile. Ich hab den Kamerawinkel wieder nach unten verschoben. Haha. Äh, okay. White. Hell yeah. Bro is teasing me. I can see the heaven. Ähm. I can see every image. Weiße. Ja, was? Der ist actually lost. How many times have you watched this? Me? Yes. Buda. What the fuck? Aber danke, deine Views werden mehr gecounted. Alright. Ich hoffe es, so wie ich es interpretieren konnte. Aus... Quellen. And in another dimension. Was? Zwei Lach-Emojis. Cool. Äh, der Übersetzer sagt mir hier, dass das 3D-Spannungskörper bedeutet. Ich weiß nicht, was es heißt. Aber weird. Im Spiel sieht man. Äh, vielleicht falsch übersetzt. Aber hey. Oh mein Gott, Digga. Was ist das? Hard to watch. Hard. While watching. White, I think. Pink. Leute, bitte ignorieren. Weiße. Ich hab es gefangen. Weiße. Wie bereits gesagt, es kann falsch übersetzt werden. Ewicht. Nichts Besonderes. Hä? Metall. Sag ich ehrlich, wenn Metall gut aussieht. Wait. So many brain cell activation. What the fuck? Alles ist kanonisch. Yo, noise. Noise. Pause challenge. White. Something just snapped. Something inside of me. I didn't care anymore. I didn't care about being better than Kakarot. Ha. Oh mein Gott. What the fuck? Uuuu. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vermutlich weiße. White. Ich film das Spiel. Das ist darauf bezogen, da ich hier jetzt nur in Anime schaue. Und das ist eine Adaption vom Spiel. Werd ich nicht machen. Hab ich vielleicht irgendwann. Keine Ahnung, Digga. Hab ich keine Zeit. Ich hab den Anime. Genau. Neuron activation. Puh, Bruder. What the fuck? Umsatz von sieben Millionen Oberschenkeln. Was? Check ich nicht, Digga. What the fuck? Ich hab ja nur diesen Anime gefunden. Gar nicht jetzt nicht verstehen. Auch nicht. Pause at the right time. I'm out to... Sag seven mil photo. What the fuck? Versteh ich nicht. Gravity. Verstehe das? Wegen Isaac Newton. Okay? Das ist ein hohes Niveau. Homelander. Versteh ich nicht. White Collar. Unter der Stein. Versteh, warum du den schaust. Da hat da jemanden geaddet? Geaddet? Da fragt jemand, weil er die Regel sucht. Safe. White and I posted. White. I posted. Weiß. 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 It's white. No need to come guys. White. Puh, white. White. Okay. White. Ja. Und weitere Kommentare. Also, das war ein Einblick in mein erstes virales TikTok von mir, das sich um mich eigentlich, eine Reaction von mir handeln sollte, ja? Nicht um mich. Hier handelt sich definitiv nichts um mich, ja? Dass ihr das versteht. Mein erstes großes TikTok war auf meinem AMV-Account, nämlich das hier Watch Your Back von Hunter x Hunter. Tag ist es nicht. Checkt ihr selber aus, wenn ihr wollt. I don't know. Äh, 70K, 70K, huge, huge, definitiv. Aber das hat jetzt überboten mit 121,4K. What the fuck? Äh, ich glaub, das wird jetzt nicht mehr so stark steigen. Vielleicht auch schon. Ist mir eigentlich egal. Äh, ich mach weiter mein Ding, Digga. Und das war's.